So Leute, jetzt zu dem Tsashido Das muss doch nur Tsashido gewesen sein Oder Telefunken Ich glaube Telefunken war der nächste da in Watte Tsashido Wenn ich komme in die Arena Wenn ich komme in die Arena Wenn ich komme in die Arena Das ist nicht das kleine Teil Das Haus natürlich komplett zerstört Um es aufzubekommen Aber mehr oder weniger komplett Kein Dämmstoff drin Aber das Haus ist echt massiv Also kipps zum nächsten Video